Hallo meine Lieben und Willkommen zu diesem neuen Video. Ich wurde in der Vergangenheit schon öfter mal gefragt, was ich eigentlich von Ammoniak-freien Haarfarben halte, beziehungsweise es gibt ja auch, vielleicht kennt ihr diese Ölfarben, da wurde ich auch schon mal gefragt, was ich davon halte, ob die wirklich besser, schonender, gesundheitsunschädlicher sind als normale Haarfarben mit Ammoniak. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache da heute mal ein Video zu. Aus friseurtechnischer Sicht ist Ammoniak jedenfalls das beste Alkalisierungsmittel. Einfach weil Ammoniak ein flüchtiges Alkali ist. Das heißt, dass sich der Alkali-Wert mit der Zeit verringert, weil es verfliegt. Das Problem daran ist, dass dieser Prozess mit starkem Geruch verbunden ist, also es stinkt sehr. Und in uns Menschen ist es ja irgendwie so drin, dass alles, was stark stinkt, sehr, sehr gefährlich ist, sehr, sehr schädlich ist und alles, was irgendwie neutral riecht, gar nicht riecht, leicht riecht, empfinden wir automatisch als unschädlicher. Ich werde euch jetzt erstmal erklären, warum man Alkalisierungsmittel überhaupt braucht. Also damit die Farbpigmente der Farbe ins Haar gelangen können, muss ja erstmal die Schuppenschicht geöffnet werden. Das macht man eben mit diesem Alkalisierungsmittel. Ammoniak kann die Schuppenschicht innerhalb weniger Minuten öffnen und dann können Wasserstoffperoxid und die Farbpigmente den Rest erledigen. Gerade deshalb, weil dieses Alkalisierungsmittel eigentlich nur am Anfang benötigt wird, ist es eigentlich sinnvoll, es auch wirklich nur so lange im Haar zu lassen, wie es auch gebraucht wird. Von den Eigenschaften her ist Ammoniak genau dafür eigentlich perfekt. Es ist wie dafür gemacht. Ammoniak ist alkalisch, aber verfliegt auch sehr schnell. Das Problem ist, dass das dann leider sehr stinkt und das ist unangenehm, klar. Und diese Dämpfe sollten jetzt auch nicht unbedingt eingeatmet werden, nur sollten in die Augen kommen. Also man sollte es ein bisschen fernhalten. Nach wenigen Minuten ist also der Job des Ammoniaks getan und man braucht es nicht mehr. Es ist dann bereits fast vollständig verflogen, was bedeutet, dass das Haar nicht weiter aufgequollen und geschädigt wird. Eine kleine Ausnahme hier ist Blondierung. Da muss das Haar sehr stark aufgequollen werden. Deswegen ist Ammoniak da eigentlich gar nicht so gut geeignet und wird deshalb auch entweder nur sehr wenig oder gar nicht verwendet. Da verwendet man zum Beispiel hier schon Salz. Das gewährleistet, dass das Haar die ganze Zeit über aufgequollen wird. Das hält den pH-Wert dann einfach über einen längeren Zeitraum relativ konstant im alkalischen Bereich. Sind Haarfarben ohne Ammoniak jetzt also schädlicher als Farben mit Ammoniak? Ich würde sagen, auf jeden Fall schon. Diese enthalten keinen Ammoniak, sondern einen Ersatzstoff. Dieser ist zwar relativ angenehm vom Geruch her, beziehungsweise es gibt auch Produkte, mit denen ich zum Beispiel schon gearbeitet habe, unter anderem letztens bei Harder. Die Farben riechen dann wirklich gar nicht. Die riechen relativ neutral. Aber das Problem ist, dass dieser Stoff sich nicht verflüchtigt. Das ist auch der Grund, weshalb die nicht stinken. Sondern der pH-Wert bleibt die ganze Zeit konstant. Was zur Folge hat, dass das Haar die ganze Zeit über aufgequollen und damit natürlich auch geschädigt wird. Die Schuppenschicht wird mehr als nötig beansprucht und geschädigt. Das ist nicht gut. Der einzige Vorteil ist hier wirklich der angenehme Geruch. Beziehungsweise gar kein Geruch dann eben. Ich habe bei Harder zum Beispiel, habe ich auch mit Oliya, war das glaube ich, von L'Oreal gearbeitet. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Die Farben sind halt sehr, ja, ölig logischerweise. Da ist ein hoher Ölanteil drin. Wenn man das aufträgt, das hat eine andere Konsistenz. Man muss auch viel dicker auftragen. Es ist schwieriger aufzutragen. Wenn die Einblickzeit für Röwe ist, sind die Haare, finde ich, verhältnismäßig sehr, sehr hart. Man kriegt das auch mit normalem Shampoo gar nicht ausgewaschen. Man muss ein spezielles Shampoo nehmen. Und laut Hersteller ein bis zwei Mal damit waschen. Unsere Erfahrung nach muss man mindestens zwei, dreimal damit waschen. Und selbst dann bei langen, dicken Haaren hat man immer noch so das Gefühl, die Haare sind so ein bisschen schmierig. Also man kriegt das nicht so gut raus, finde ich persönlich. Und ich finde auch, dass die Deckkraft nicht so super ist. Also gerade bei einem sehr hohen Grauanteil deckt das nicht so super gut. Ich finde, die Farben leuchten nicht so. Die Farbbrillanz nicht so gut. Ja, das komplette Farbergebnis scheint darunter irgendwie zu leiden. Das macht aber auch durchaus Sinn, denn die Farbpigmente werden mit Ammoniak viel besser im Haar halten können. Sie sind da einfach länger sichtbar, länger haltbarer, viel brillanter, viel kräftiger, viel leuchtender. Die Farbleistung ist bei Ammoniak definitiv viel besser. Und es hat eben diese Schutzfunktion, dadurch, dass es verfliegt und das Haar dadurch nicht so viel schädigt. Die Ölhaarfarben sind zwar durch das enthaltene Öl bis zu einem gewissen Grad pflegend durch das Öl, aber durch diesen Ersatzstoff sind sie insgesamt doch schädlicher als Farben mit Ammoniak. Dazu kommt noch, dass zum Beispiel die Ölfarbe, mit der ich bei Hada gearbeitet habe, das wurde mir auch gesagt, bei Hada ist ja alles, dadurch, dass es ja eigentlich nur Modelle sind, die Kunden, ist der Preis sehr, sehr günstig, den sie zahlen. Im Normalfall, im normalen Friseur würde man bei einer Langhaarkundin mit dicken Haaren so viel Produkt brauchen, dass die Produkte sind im Einkauf schon bereits sehr teuer. Und so bei langen Haaren, langen, dicken Haaren ist es eigentlich so teuer, dass es sich eigentlich keiner leisten möchte. Und dann ist, finde ich, noch die Leistung so lala. Und ich finde, dass diese Farben definitiv nicht besser sind als Farben mit Ammoniak, im Gegenteil. Natürlich ist Ammoniak auch nicht unschädlich, wie gesagt, man sollte das nicht einatmen, man sollte nicht mit dem Kopf über einer Blondierung, über einer Farbe hängen. Man sollte immer Handschuhe benutzen beim Auftragen, man sollte so wenig auf die Haut lassen, wie nur möglich, denn unsere Haut absorbiert alles, das gelangt in unseren Körper. Aber es muss jeder für sich selbst entscheiden, inwieweit er das möchte oder nicht möchte. Man sollte sich halt nur dessen bewusst sein, dass keine der Varianten unschädlich ist. Aber natürlich ist das alles heutzutage getestet und auch hier zugelassen und sie dürfen das ja gar nicht verwenden. Also so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Aber es ist halt auch nicht unschädlich klar, es können sich immer Allergien entwickeln und so weiter. Man kann, wenn man sehr empfindlich ist, darauf reagieren, auch mit Eczem und so weiter. Gerade wenn man es falsch anwendet, zum Beispiel, sollte man die Haare davor nicht waschen, zumindest nicht die Kopfhaut, damit der Schutzfilm der Kopfhaut nicht entfernt wird. Denn sonst ist die Kopfhaut natürlich relativ schutzlos. Wenn man dann die Chemiekeule da drauf packt, dann kann die Haut natürlich viel schneller auf so etwas reagieren, negativ reagieren. Und ja, einfach Packungsbeilage beachten oder noch besser zum Friseur gehen. Der weiß ohnehin viel besser, wie das richtig geht. Und dann sollte das eigentlich in Ordnung sein. Also das sind jetzt auf jeden Fall alle Dinge, die ich dazu sagen kann. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr es natürlich jederzeit in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen und weitergeöffnet hat, würde ich mich selber ein Däumlich nach oben freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.